Herzlich willkommen zu einer neuen Punktverordnung, der offizielle Termine zum Live-Event steht jetzt fest und ich werde euch in diesem Video zeigen, wann das Ganze stattfindet, was man alles noch dazu beachten sollte, was jetzt in den nächsten Tagen noch auf uns hinzukommt. Wenn natürlich in Zukunft auch keine weiteren solch Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Ich hatte vorhin auch schon ein Video dazu hochgeladen, wie ihr am besten im 1Million Dollar Supercup spielen könnt. Das heißt, checkt das gerne aus, werde ich euch mal oben in der Infokarte verlinken. Außerdem schaut auch gerne auf meinem Twitch und auf meinem Twitter-Kanal vorbei. Auf Twitch bin ich heute nämlich auch wieder ab ca. 12 Uhr live. Dort werden wir ebenfalls genau diesen Cup zocken und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Beide Links sind unten in der Videobeschreibung und auf dem Twitter-Kanal gibt es wie immer natürlich noch ein paar Zusatzinformationen und dort bekommt ihr häufig Informationen auch etwas früher. Würde mich also auch freuen, wenn ihr dort vorbeischauen könntet. Den Live-Event-Countdown kann man jetzt auch gar nicht mehr übersehen. Kinder findet sich einmal hier ganz groß im Lobby und zusätzlich nochmal im Battle Pass-Menü. Und tatsächlich hatten ja relativ viele gesagt, das Live-Event wird safe nächsten Samstag stattfinden. Und ich war einer der wenigen, die schon von Anfang an gesagt haben, dass das Live-Event mit 50%iger Wahrscheinlichkeit nicht an dem Samstag stattfinden wird. Da ja die Season nämlich bis zum Montag, den 30. November geht, dachte ich mir eben halt so, ist ein ungewöhnliches Datum. Wahrscheinlich würde es dann ähnlich wie in Season X, würde es so etwas wie ein schwarzes Loch geben. Und deshalb findet jetzt das Live-Event auch nicht am Samstag statt. Denn in 10 Tagen ist tatsächlich der 1. Dezember auch relativ komisches Datum. Und leider um 22.10 Uhr, wo das Live-Event stattfindet. Das heißt sogar schon relativ spät. Eine Stunde früher wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice gewesen. Ich hoffe, die verschieben das noch eine Stunde. Eine Stunde früher wäre, glaube ich, für alle in Ordnung. Aber so spät ist es eben halt schon nicht mehr ganz so geil. Noch besser wäre natürlich am Samstag gewesen. Dort hätten alle Zeit gehabt und so eben halt. Aber mit Dienstag ist das Ganze relativ doof natürlich für viele Leute. Die können sich das dann immer nicht unbedingt so gut anschauen. Allerdings ist es wahrscheinlich eben halt auch deswegen so, damit eben halt keine große Zeit bis Donnerstag dann ist. Bis das ein bisschen neue Season startet. Wahrscheinlich wird es einen ganzen Tag eine Downtime dann auch geben. Das heißt, wenn um 22.00 Uhr das Live-Event stattfindet, werden vielleicht danach direkt die Server offline gehen. Am Mittwoch gibt es dann eben halt wahrscheinlich auch keine Server, die online sind. Und erst am Donnerstag ab 10.00 Uhr wird dann richtig die neue Season aufgespielt. Und dann können wir irgendwie ab 12.00 Uhr am Donnerstag wieder zocken. Und hätten das immer dann Samstag gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich einfach eine Downtime von Samstag bis Donnerstag bekommen. Das Komische bei der ganzen Sache ist jetzt natürlich, die Season geht bis zum 30. November. Und das Live-Event findet erst am 1. Dezember statt. Und bisher hat sich zum einen Epic Games noch nicht offiziell dazu geäußert. Im Battle Pass Menü steht immer noch weiterhin unten 30. November Season Ende. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es trotzdem beim 30. November bleiben wird und die Season nicht verschoben wird. Obwohl es rein theoretisch natürlich noch eine Zeit dann eben halt danach gibt, wo das Live-Event erst stattfindet. Das heißt, das Live-Event wird wahrscheinlich nicht in Season 4 und auch nicht in Season 5 stattfinden. Sondern eben halt irgendwo so dazwischen einfach stattfinden. Damit wahrscheinlich eben halt am Tag, am Dienstag dann eben halt schon alles vorbereitet werden kann. Die Server offline gehen können. Und eben halt so wirklich dann am Montag der letzte Tag der Season ist. Danach kann man Fortnite nicht mehr vernünftig spielen. Und deshalb wollen die das eben halt von Anfang an sagen. Damit alle die Challenges bis zum 30. November machen. Sich nicht wundern, warum dann am nächsten Tag einfach die Server offline sind. Und deshalb denke ich, haben die das Ganze so geregelt. Und im Playstation Store stand ja auch als Termin für den Start der nächsten Season 3. Dezember. Was eben halt der Donnerstag wäre. Das heißt, es würde eben halt alles reinpassen. So wie es wirklich sehr, sehr viele schon am Anfang der Season vermutet haben. Beziehungsweise wie ich es persönlich zumindest vom Anfang der Season vermutet habe. Also meine Vermutung war immer Montag das Live-Event. Donnerstag der Season dazwischen lange Downtime. Und jetzt eben halt Dienstag das Live-Event. Und Donnerstag dann eben halt die neue Season. Wie gesagt, das Einzige, was etwas schade ist, dass das Live-Event um 22 Uhr ist. Um 22.10 Uhr ist. Allerdings denke ich mal, sollte es verkraftbar sein. Geht ja auch nur 10 Minuten oder so. Trotzdem wäre es natürlich schöner gewesen. Wäre es etwas früher gewesen. Tatsächlich kommt das für mich auch relativ gelegen. Ich habe an dem Tag bis 17.20 Uhr Schule. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Das heißt, ich habe immer noch genug Zeit davor, ein kurzes Video zu machen. Wird wahrscheinlich nur irgendetwas ganz kurz über das Live-Event werden. Und dann werden wir an dem Tag auch direkt live gehen. Das heißt, wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Follower auf Twitch. Da werden wir auch wahrscheinlich bis 24 Uhr durchstreamen. Zumindest, falls die Server überhaupt noch online sein sollten. Falls sie offline sein sollten, werden wir wahrscheinlich nicht so lange streamen. Vielleicht ein paar Theorien diskutieren, was so in den nächsten Season rankommt. Wir werden uns mehrmals das Live-Event nochmal anschauen. Ich habe auf jeden Fall schon richtig Bock aufs Live-Event. Ich hoffe, ihr habt auch Bock aufs Live-Event. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass wir uns nachher auf Twitch wiedersehen. Beziehungsweise morgen im Video wiedersehen. Und dann bis dahin, ciao.